Heute ist der schlimmste Tag im ganzen Jahr. Gemeindeausflug mit der Petros-Gemeinde. Wir Busfahrer, wir nennen das immer die Blumenkulturen, weil da gehst du mal in so einen Bus voller Omis rein und schaust nach vorn hinten, da siehst du die ganzen Blumenköhle sitzen, gell? Ich sag's euch, jetzt ist es immer soweit. Gemeindeausflug. Ich hab keine Lust, mich freut's nicht. Aber es läuft nix. Ich muss jetzt gute Stimmung machen. So, einsteigen. Auf geht's. Jawohl. Ich muss doch schauen, ob die Kiemann läuft. Ja, hier sind sie. Los geht's, ja. Ja, hier sind sie. Ach! 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 So, auf geht's! Los geht's! So, einsteigen mit komm! Ja! So! Ab geht die Busch! So! Ja, bis gut! So! Bis gut! So! Bis gut! Das sind vier Fächer! Ja! Nein! Ja! Hopperle! So! Auf geht's! So! Einsteigen bitte! So! Und... Dürfte ich wohl mal eine Anzeige während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden? Ja, ganz wichtig! Ah, jawohl! Danke! Hallo, liebe Damen und Herren! Bitte eine wichtige Anzeige! Ganz, ganz wichtig! Bitte merkt sich jeder seinen Nachbarn! Bitte merkt sich jeder seine Nachbarn! Das hat noch nie funktioniert! Letzt Jahr sind wir heimgefahren! Wollt mit zwei 90-jährigen Nachbarn an der Tankstelle auch einen Schnaps trinken! Ich glaub, die stehen immer noch dort! Dürfte ich wohl noch eine Ansage... Ansage machen? Mit dem Mikrofon? So! Ich darf die Tageslosung für heute vorlesen! Da steht im 91. Psalm, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen! Unser Engel heute ist ja... Na, unser Engel heute ist ja... Na, wer ist denn unser Engel heute? Der Helmut! Der Helmut! Der Helmut bringt uns heute sicher Gott den Tag! So, und jetzt würde ich sagen, packen wir unsere Liedhefte aus und singen gemeinsam und geh aus, mein Herz! Und suche Freud! Das ist das Schlimmste! Diese scheiß Singereien! Und was die alles in diesen Tag reinpacken! Wallfahrtskirchen, Stadtführenden, Eidlkonzerte, Schlossbesichtigungen, wie wenn's ihr letzter Tag auf Erden wär! Obwohl, was muss? Ich geh jetzt mal durch den Bus... und sammle das Geld... Ah, jetzt muss ich aber fixen! So! Liebe Freunde, hier ist der Busfahrer, der Helmut! Schnallt euch an! Wenn wer ihr angeschnallt seid, und ich brems kaum was passieren, gell! Und wenn ihr erwischt, dann zahlt ihr die Strafe! Danke! Dürft ihr eine... eine Mühlsage machen? Danke! Ich hab mich gefreut, dass ich's in der Schlimm billig für alle hinbekommen hab und das Gebühr meines gesamtes Altenheim St. Vincent auch mit gärt! Danke, dass Sie alle da sind! Ich hab meinen Busfahrerkollegen gesagt, ich hab heute eine Fahrt mit Fifty Shades aufgeregt! Könnten Sie wohl einmal die Toilette aufsperren? Nein! Die Toilette ist defekt! Was? Die Toilette ist defekt! Das Scheißhals ist kaputt! Sie müssen noch ein bisschen krass greifen! Ich meine, ich beschwer mich! So! Da ist noch einmal der Helmut, euer Busfahrer! Wir machen unsere letzte Pause in anderthalb Stunden! Bis dahin zur Überbrückung haben wir einen Prosecco! Wir haben einen Radler! Wir haben einen Pilz! Wir haben einen Schwippschwapp! Wir haben einen Mitzumilz! Sie können dich da beim Pipolo haben! Ja, frei! So, bitteschön! Ach, scheiße! Was ist denn da schon wieder los? Ja, was ist denn das für ein Juni? Ja, ausländisches Kindzeichen! Da wundert mich gar nichts mehr! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! So was möchte ich auch in unserer Gemeinde auch so nicht machen! Ich will doch! Das ist doch wirklich gut! Hallo! Hallo! Wir sind Pfarrer Striebel von der Getrusgemeinde! Ja, 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 ja! Ich wollte mal nachfragen gegen unsere Mittagessen! Aha! Sie? Ich glaube, Frau Möhringer ist schlecht! Da haben wir aber Pechen! Wir haben gerade Bode, Melinda! Aha! Aha! Und deswegen? Ah ja! Können Sie sich mal bitte mit mir halten! Sauerbraten mit Glöß 9 Euro! Schnitzel mit Bommes 8,50 Euro! Freddy Schachtsetzung 4 Euro! Grilldeller 12 Euro! Aha! Aha! Und dann diese Fresserei! Wie wenn es keinen Morgen gibt! Der Hans schickt Frühstück in Ihrem Altenheim, dann trinkt man Kaffee im Bus, dann gibt's Mittagessen, dann Kaffee und Kuchen, dann abessen! Es wundert mich, dass da keine klafft! Au! Oh mein, ach ja! So! Bald gibt's Mittagessen! Ich geh jetzt gleich mal mit einer Liste durch und brauche ab! Es gibt, ähm, 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 äh... Sauerbraten 9 Euro! Schnitzel mit Bommes 8 Euro! 5,50 Euro! 5,50 Euro! 4,50 Euro! 5,50 Euro! 3,50 Euro! 5,50 Euro! Gibt es denn bei Ihnen auch Seniorentäter? Es gibt Seniorentäter! Super, super, super! Und jetzt gehe ich mit meiner Mutter und sage das Geld ein für unseren Helmut, denn der bringt uns heute sicher durch den Tag. Ein Applaus für unseren Helmut! Jetzt sind wir wirklich die Auswahl Herzbesuche, Freund! Sing jetzt auf, bitte! Tschüss! Der schlimmste Tag im ganzen Jahr Gemeindeausflug ist ja klar Mit all den alten Tanten Die Omas nerfen volle Bahn Der Fahrer seufzt sich ein und an Man wird zum Menschenfeindig Man wird zum Menschenfeindig Der schlimmste Tag im ganzen Jahr Der schlimmste Tag im ganzen Jahr Gemeindeausflug ist ja klar Mit all den alten Tanten Das macht's mein Recht Der Preis stimmt nicht Beim Essen zieht Mit all den alten Tanten Ich mag hier niemanden Ich mag hier niemanden Ich mag hier niemanden Ich mag hier niemanden Der schönste Tag im ganzen Jahr Gemeindeausflug ist ja klar Dergroup ist ein Glas Vielen Dank.